Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zu der mittlerweile, ich glaub, äh, 40. Folge von Let's Play oder 9, ne, 39. Folge von Let's Play. Wir machen 39 Folgen schon, fuck yeah. Müssen wir denn hochladen? Ja, ich bin kurz vom Server runtergegangen, weil der Dave bei mir rumgespackt hat und in 40 Sekunden bin ich wieder da, na gut, eher gesagt 44. Äh, so lange warten wir halt noch ein bisschen und dann verschwinden wir aber sofort vom Airfield. Ich verstehe erzhaft nicht. Wahrscheinlich musst du mir doch ein Bloodbag-Kit geben oder so. Aber bei, auf YouTube stand, dass es reicht mit den Salinen-Bag. Ja, vielleicht reicht's, wenn man's nur einmal macht. Ja, Junge, da wurde's aber nur ganz kleines bisschen besser. Ja, okay. Hast du dir mal dieses EV-Start-Kit gegeben? Das kann man sich nicht geben. Dann ist es unnütz. Das ist nur, nein, das ist damit man Salinen-Bags miteinander kommt, und das ist das, das musst du normalerweise, müsste man Salinen-Bag auf das TV-Start-Kit ziehen. Eine Sekunde, ich bin gleich star. Please wait. Guck, guck. Und das ist ja was bei mir am Abschmieren. Ist der doch immer am Anfang. Bei mir eigentlich nie am Anfang. Okay, dann lass uns jetzt rausgehen. Naja, dann tut's mir leid, meine lieben Freunde. Dann müssen wir zu lange so weiterspielen, aber ich lebe ja noch. Das ist die Hauptsache. Okay, dann komm, wir gehen außenrum. Und du weißt jetzt rechts, und dann geradeaus hoch rennen, ne? Richtung die Stadt. Ja, ja. Aufpass dich. Warte, ich deck die rechte Seite. Geh du raus und guck nach links. Okay, da war doch... Können wir sagen, wir rennen hinter den Hangars. Ja, ja. Ich renne schon los, ne? Ja, ja, ich bin hinter dir. Hammer, und dann laufen wir einfach der Straße weiter entlang. Mega, das war ja mal eine Airfield-Action hier. Ja, aber noch... Jetzt gehen wir nach, was weiß ich, wie viele Folgen erst vom Airfield weg. Oder sollen wir noch mal in die Hangar rein, während wir schon gehen? Ja, okay, komm. Aber jetzt lass die, lass die 2. da einfach. Hey. Ne Zombie. Wart mal, ich schieße den mal ab. Junge. Ich kann nicht mit der Waffe auch mal ein bisschen zielen. Üben. Ja? Hast du jetzt das PU-Sculpt drauf? Ja. Klappt das jetzt? Christine, nicht mit Zoom. Okay, der Zombie kommt. Soll ich den abknallen? Mach. Reiskeiter Kümmer, wenn ich sage, das klappt es noch nicht mit der PU-Sculpt oder was? Nein, nicht das Zoomen, aber das PU-Sculpt ist Christine. Ich kann damit superklar durchsehen. Okay, geh in die Halle rein. Ich deck die Seite. Hey, wie kannst du damit superklar durchsehen? Wie kannst du damit durchsehen? Äh, zoome, also zielen. Ja, Junge, das soll... Mehr kann man damit auch nicht, vielleicht. Ja, dann sag das doch. Ich sag... Ja, was ist denn das da durchgucken? Das ist vielleicht zoomen. Äh, nein. Das ist durchs Zielfernrohr gucken. Ja. Mit zoomen meine ich, dass man da ein bisschen näher herandrücken kann. Ja, nein. Ja, ich erklär's dir dreimal. Das ist doch schon ein scheiß Zoom da durchzugucken. Junge, wir probieren 10.000 Jahre aus, damit das klappt, dafür, dass die ganze Zeit schon geklappt hat. Ja, woher sollte ich wissen, dass man nicht reinzoomen kann, wenn das der Schipinoffel zum Ranzoomen hat? Ach, vergiss es. Klappt jedenfalls. Okay, ich hab wieder Hunger und Durst. Das ist immer so, wenn ich auf den Zwerberdreud draufkomme. Also, ich bin energised und hydrated. Wie ihr schon sofort die Pros. Ja, ja, bis wir abgeknallt werden. Siehst du eigentlich auch alles grau? Ich glaub, du wurdest doch auch erwischt, oder nicht? Nö, ich seh nichts grau. Leck mich. Klar, dass es natürlich wieder alle auf mich abgesehen haben. Natürlich. Warte mal, ich muss mal kurz Nase putzen. Ich renne nur kurz zwischen die Bäume und deck mich da. Und ich geh jetzt Nase putzen. Toll. Schönes Geräusch, weil der Pelle Nase putzen geht. Ich. Ja, guck mal, wenn du dein scheiß Mikro ausschaltest, kommt so ein mega lautes Rrrr-Geräusch. Hey. Ja, ja, dann ist dieses Stummstellen irgendwie kaputt. Toll, das heißt, ich kann es auch nicht mehr in den Let's Plays verwenden. Toll. Toll gemacht, Dave. Okay. Ja, der Junge, vielleicht kommt das nur so bei mir so rüber. Kann sein, ich kann es mir, ich kann es ja nochmal testen. Warte. Okay, niemand. Ich guck mal kurz nach hinten. Ich seh da aber niemanden. Wir müssen wieder über den Hügel, ne? Boah, Alter, ich seh so schlecht. Das ist ne Anmutung für die Augen hier, die ganze Zeit zu spielen, ey. Ich bin genau neben dir. Ich würde sagen, wir folgen einfach der Straße hier mal. Warte mal eben, ich trinke mal etwas, deck mich, gehe jetzt zu den, zwischen die Bäume. Alter, wie du gerade geredet hast, wie so ein Sprachbehindertal. Ich gehe mal zwischen die Bäume. Hm, der Pipsi, oh, schon kühl. Jeder normale Mensch, der nach einer Pipsi nicht mehr durstlich. Ja, ja, vor allem nach einer ganzen Pipsi. Aber doch, Hammer, die Pipsi hat mein Hunger und mein Durst gestellt. Ja, okay, dann komm weiter. Ich komme. Bist du das? Ja, wer sonst? Spieler Internet verliert die Verbindung. Gerade Spieler Internet sollte nicht die Verbindung verlieren. Wir sind von dem Hügel hier gekommen, ne? Ja, wir müssen da jetzt wieder drüber, aber wir gehen so neben. Daneben drüber, hier soll an den Bäumen entlang das sicherer. Bist du das da vorne, der an den Bäumen läuft? Ja. Warte, man sieht das so schlecht. Also ich kann nicht klagen. Am liebsten würde ich sterben, mir als ne. Da wurde einer gekickt, Player Internet wurde gekickt. Internet hat wohl ein Papier. Ich weiß nicht, wie man sich ein Bloodback-Kid gibt, aber du konntest mir mit deinem Blutmeer, obwohl du nur Minus hast, kannst du mir geben. Ich habe geguckt, die Tabelle jedes, alle Minusgruppen können bloß versorgen. Ja, und du bist bloß, ne? Ja, ich bin ablos. Okay, warte, ich gucke mal eben. Ich habe aber nicht so einen Teil, oder? Warte, ich nehme auch First Aid-Kid. Ich weiß nicht, irgendwie Bloodback-Kid oder so. Bloodback-Kid, ja, habe ich. Kannst mir das irgendwie geben? Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon nehmen kann oder so. Warte kurz. Ich weiß nicht, ob man da erst Blut reinfüllen muss. Ich muss da mal, muss da natürlich Blut reinfüllen. Und ich muss mir das erstmal jetzt benutzen. Warte. Oder? Ah, ne, ich muss dir das geben. Dann kannst du von mir Blut annehmen. Ja, mach. Okay, warte, warte, geben wir hier ein bisschen in die Bäume rein. Das sterbe ich jetzt, weil es doch nicht klappt. Jetzt mach, Alter, nicht so tief. Ich werfe das jetzt weg. Muss es dann nehmen. Hä? Hä? Wirf das weg. Achso, stimmt, ja, ich hab's ausgerüstet. Warum willst du das wegwerfen? Damit du es nimmst, du musst von mir Blut einsammeln. Ich werfe das jetzt raus. Du glaubst, du musst mir das dabei infizieren. Jetzt. Nimm mit dir und sammle dann von mir Blut. In die Hand nehmen und dann zu mir hingehen und F drücken. Ich konnte nämlich nichts auf Use drücken. Dave starts to collect Blut from you. Ey, das will ja mein Blut von mir klauen, ich knell ihn jetzt ab. Junge, lass mal, wie der Lauf im Bildschirm hängt. Was? Wie der Lauf da so im Bildschirm hängt. Junge, bei mir bist du grad so ein... Mach auf, mach den Laufs mal da raus. Mist, jetzt ist es grad ein bisschen grauer bei mir geworden. Du hast jetzt schon Blut von mir. Ja, okay, ich leg's jetzt hier dahin. Jetzt musst du mir das, glaub ich, geben, ne? Jaja, vermutlich. Ja, du musst mir das geben. Hier, ich leg's wieder dahin. Jetzt ist alles grauer geworden. Der Dave hat mir Blut abgenommen. Ich nehm mein Blut jetzt wieder selber ein. Junge. Wahrscheinlich nicht so grau wie bei mir. Nein, das nicht. Ich seh immer noch ein paar Farben. Okay, deck mich so lange. Ich warte hier, bis das mit da ist. Mist, der Davey ist badly bedamaged. Dann leg ihn weg. Nein. Junge, du brauchst den scheiß Davey nicht. Und wenn du mal auch unmächtig bist, dann... Ja, und dann, wenn du nicht unmächtig bist und unter Beschuss liege, dann willst du mir noch mit dem Davey helfen, oder was? Nein, nachdem ich die abgeknallt habe. Ja, wenn du meinst. Das liegt jetzt da. Ja, ja, ich seh es, ich seh es. Okay, da gibt's mir. Ich komme nicht klar, dass ich kack nicht ab. Aber du hast 0,0 minus, du hast 100,0 minus, ne? Ich gehst dir jetzt, Davey. Scheiße, ich kann's dir nicht geben. Warte mal. Hä? Hä? Das muss man jetzt damit machen. Warte mal, ich nehme mal das Fest-Aid-Kid. Ich leg das nochmal dahin, ich muss mir das jetzt irgendwie selber geben, oder so. Okay, warte. Warte, ich muss jetzt erstmal wieder was anderes in die Hand nehmen. So, ich schmeiß dir das jetzt wieder raus. Liegt da. Okay, ich nehm's jetzt... Nehmen wir mal das Fest-Aid-Kid in die Hand, guck mal nach, ob man da noch was anderes... Ne Spritze! Damit muss man's machen. Warte, ich schmeiß dir die Spritze auch raus, ja? Nein, da... Ja. Das muss man mit ner Spritze machen, die liegt da jetzt. Glaub, irgendwie nicht. Ja doch, du musst ja Blut davon in die Spritze nehmen und dir das so injizieren. Du kannst es ja nicht einfach mit dem Blut-Bag-Kit. Oder ich muss dir die Spritze geben. Ja, hier, ich glaub, das Blut-Bag-Kit musst du auch wieder nehmen. Ja, okay, ja klar. Dann gib es mir. Ich leg's jetzt da hin, beides ist jetzt da. Okay, die Spritze seh ich, das andere seh ich nicht. Ah doch, da ist es. Hä? Ich kann da nichts machen. Du musst die Spritze nehmen und dir die in den Arm hauen, dann ist da Blut drin. Das hab ich auch schon mal gemacht. Ja, okay, collect your sample, ne? Ja. Ey, jetzt nimm ich mir nochmal Blut ab. Hey, Junge, das ist nicht so schlimm. Das ist ganz wenig Blut. So, okay, hab ich. Ich schmeiß dir das jetzt hier hin. Boah, Alter, wie kompliziert diese Scheiße an ist. Ja, Junge, jetzt tun wir doch einmal die Spritze da hinwerfen. Hab ich doch gleich aus. Okay, für das Blatt wegkickt, braucht man das IV-Start-Kit. Ah, ich leg's dir hin. Wahrscheinlich musst du das IV-Start-Kit da draufziehen und auf Create drücken und mir das dann geben. Ja, ja, die Spritze müsste da auch gleich auftauchen. Ja, hoffentlich. Lass mal den Text lieber lesen, bevor man irgendwie... die Spritze liegt da. Ja. Ja. Nimm mal da weg, sonst komm ich da nicht dran. So. Okay, ich warte dann hier auf das IV-Start-Kit. Wenn das hilft, kann ich mir ja das mein Blut wieder selber zurück einflößen. Okay, IV-Start-Kit. Ich kann mir die nicht geben, die Spritze, ne? Create, okay, ich hab's. Okay, dann musst du mir das jetzt geben. Hier, ich lege dir die Spritze wieder hin. Warte, ich guck mal nach. Vielleicht ist die Spritze für Notfälle oder so, dass du... Ja, ja, bei dir kann... ich kann dir dann eine Bluttransfusion geben. Warte, warte. Ich nehm mir jetzt die Spritze erstmal wieder. Okay, leg dich hin, das ist besser. Boah, hoffentlich klappt das jetzt. Ich geb dir jetzt eine Bluttransfusion. Du hast auf jeden Fall 0-, wenn sich das nicht vom Server zu Server ändert. Nein, das ist ja mein Charakter. Warte. Successfully, okay. Ich hab's. Besser das sich? Ne, nicht mehr annähernd. Okay, vermutlich Brust das Blut sich erstmal verteilen. Ich hab keine Ahnung. Kannst du mir die Spritze vielleicht auch noch geben oder geht das nicht? Ich guck mal nach, warte. So, Spritze. Warte. Zack. Ne, ne, ich kann dir mit der Spritze gar nichts geben. Vermutlich braucht man dafür dann auch wieder so ein IV-Start-Kit. Manchmal sieht's kurz so aus, als ob's besser werden würde, aber nur kurz. Ja, dann braucht das vermutlich ein klein wenig. Lass uns so lange weitergehen. Ja, okay, komm, wir fangen jetzt schon die ganze Folge damit, uns hier zu verarzten. Funk, ich kann nicht mehr ran. Du gehst ja auch geduckt. Oh. Ja, okay. Okay, dann haben wir wieder durch die Lücke. Ich guck mal oben, Brust in der Sniper-Position. Niemand. Oh, ich bin dir grad voll vorm Lauf gerannt, ey. Wenn ich abgedrückt hätte, mmh. Matsch auf dem Weg. Wo bist du? Durch die Lücke. Ah, okay, durch diese Lücke. Äh, ich weiß, ich kann jetzt nicht so weit gucken. Das ist das Problem. Wo lang müssen wir? Keine Ahnung. Ich würd sagen, wir gehen mal in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Einfach den Weg hier lang. Hammer, das war meine Airfield-Action, du. Sobald ich diesen Ball da hinten am Himmel sehe, weiß ich, wo wir helfen müssen. Da ist übrigens auch noch ein Hochstand. Da ist aber keiner. Ja, ich seh's. Warte, die Folge ist zu Ende, ich schmeiß mich mal ins Gebüsch. Okay, dann sehen wir, dass wir nichts mehr geben. Das war nicht mehr, ich weiß, Junge, du so, huah. Das steht ja so, legt, duckt sich dann erstmal schon, Junge, jetzt verhofft zu quatschen, die Folge ist zu Ende. Äh, tschö. Tschö.